Hey Leute, Tobson hier und willkommen zu Ghost Recon Breakpoint. Und ich muss einfach mal sagen, dass es aktuell auf der Konsole kaum ein Spiel gibt, was taktisches Teamplay so gut darstellt auf der Konsole wie Ghost Recon Breakpoint. Das Spiel ist richtig immersiv, es hat richtig viel Abwechslung durch die ganzen Updates, die über die zwei Jahre verteilt jetzt rauskamen. Klar, es hatte einen ziemlich holprigen Start, aber mittlerweile mit den ganzen DLC-Missionen, mit den Red Patriot-Missionen, mit den Ember Sky-Missionen, die Rebellen-Missionen und dann natürlich auch noch das Riesen-Update, was zum Schluss kam, Operation Motherland, wo man die komplette Map wieder zurückerobern muss, ist einfach eine Wucht und man will einfach immer weiter in diese Welt reintauchen. Grafisch sieht das Spiel im Vergleich zum Vorgänger natürlich, zu White Lens, unglaublich schön aus, gerade wenn man teilweise auch nachts unterwegs ist mit Nachtsicht und es ist neblig oder regnerisch, dann sieht das wirklich richtig cool aus und macht Bock. Und wenn man dann auch noch, so wie wir, das HUD ausschaltet, dann sieht das Spiel nochmal umso schöner aus, weil die HUD-Elemente eigentlich im Weg sind und man wirklich die volle Schönheit von Ghost Recon Breakpoint genießen kann und sich das Ganze einfach nochmal taktischer anfühlt. Weil man keine Gegner-Markierung hat, man muss selber die Gegner aufklären, man hat keine Hit-Marker, man muss tatsächlich Zielbeobachtung betreiben und gucken, ob die Gegner auf Distanz auch umfallen. Und das ist wirklich ne richtig coole Sache und ich kann euch wirklich nur weiterempfehlen, das Spiel mal ohne HUD zu spielen. Es macht einfach Bock, es ist richtig immersiv und das wird euch ein ganz neues Spielgefühl geben. Okay, ja, ist klar. Luki? Ja? Ich gehe rechts in Position, du links, ja? Du wirst die Flash weg. Ja. Wannst du rechtes Fenster oder? Rechtses Fenster ist, ich gehe rechts vom Fenster in Position, hier wo ich gerade stehe. Ja, rechts vom rechten Fenster. Genau, ja. Ein Feind bestätigt. Alles klar. Geh mal vor und guck, ob du hoch reinspringen kannst. Ja, kann ich, kann ich, kann ich. Ja, gut, dann. Achtung, Flash. Okay, Feind ist down. Ja, links sicher. Hinter uns waren Feinde, ne? Warte mal kurz. Ja. Hinter uns waren welche, warte, die kommen hier die Tür rein, glaube ich. Okay, Luki, hast du Flashbang? Ja. Okay, schmeiß rein. Okay, ist frei. Ganz viel sichert? Ja. Frei von vier. Hier ist noch ein Ausgang nach hinten, sprüft den noch. Ist frei. Okay, ihr habt die Sicherung. Ja. Ist frei. Nächster Raum. Okay, ist down. Okay, dann haben wir alle Geiser, oder? Das war die letzte. Ja. Ich glaube, wir können so langsam Nachtsicht runter machen, oder? Ja, auf jeden Fall. Okay. Boah, ist halt das mega nebelig, Alter. Ist aber auch geil. Ja, es hat was. War noch erst recht im Gebäude, oder? Ich habe ihn ausgeschaltet, weil der hätte mich sonst entdeckt. Oben auf der Treppe noch einer. Ja. Seht. Und da vorne zwei. Ich nehme den linken, irgendeiner von euch den rechten. Wo ist da vorne? Klar. Ja. Ab rechts. Okay, alles klar. Jo, wir gehen schnell rein. Links frei. Okay, Geisel haben wir. Okay. Einer. Warte, ich will wissen, ob da noch ein zweiter steht. Ne, da war kein zweiter. Ich habe mal links geguckt. Alles gut. Rechts ist ja toter Winkel. Okay. Bin hinter dir. Ja. Der nächste Gebäude vor uns, oder? Ja. So, wir erst die Streife, die Streife zuerst ausschalten, oder? Ne, die sehen wir schlecht. Ach, das ist schon fast wieder grenzwertig, ne? Ja. Kannst du die Streife ausschalten, Karl? Schaffst du das? Warte. Warte, 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 Luke. Oh, Schabben, Schabben, alles gut. Der hätte mich fast entdeckt. Ja, genau. Da gehen wir jetzt rein. Die Streife, die ist da. Siehst du da? Oder wollen wir eben einmal zum Gabelstapler springen und die erst holen? Ja, komm, dann machen wir das so. Warte, ich gehe zum Gabelstapler. Okay. Ja, ich gehe noch einen Block, warte. Okay, den ersten habe ich. Okay. Ich habe einen, drei, zwei, eins. Alles klar. Warte, Feind, Feind, Feind hinter uns, Feind hinter uns. Hier. Schabben. Links daneben kommt noch einer, warte. Hier, hinterm, hinterm, äh... Schabben. Lukian. Fakt, wurde entdeckt. Ruhe, Ruhe, wir wurden entdeckt. Okay, passt, passt, passt. Wir müssen jetzt, äh, die Leiche noch, äh, die Leiche, die andere noch kriegen, oder? Wir haben noch zwei Geise. Wo? Nee, noch eine. Ja, noch eine. Die Leiche. Ich sag, ich sag einfach die Leiche, statt die Geise. Hoffen wir, dass es keine Leiche wird. Das wäre doof, ja. Warte mal, ich habe gerade ein bisschen die Orientierung verloren. Wo ist denn... Ah, da. Da ist er, okay. Alles klar. Wo bist du, Loki? Äh, ich bin einfach geradeaus durchs Gebäude gegangen. Ja, warte. Ich habe schon verloren. Ah, da bist du. Hinterm Gebäude ist irgendwo ein Feind. Okay, ist down. Wollen wir dann direkt ins Gebäude von der Geise rein? Ja, auf jeden Fall. Okay. Das hier. Wir hätten jetzt einen Angang. Ja. Hast du Flash fertig? Ja. Okay. Okay, ist down. Ja, sicher alles. Wollen wir dann noch clearen und dann die Geisern, äh, extracten? Ja. Okay. 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 Loki, kannst du hier, wird schon sehen? Sehr klar. Ah, ich hab's, ich hab's, komm mit, komm mit. Zwei down, ich hab's. Also jetzt höre ich aber auch nichts mehr. Ja, jetzt wird jetzt auf der Helion zurück und angezeigt. Äh, ich hole uns die beiden auf dem Steg. Holst du die anderen beiden? Wo? Ich hole die beiden vorne auf dem Steg, auf dem Wasser. Ja, ich hole hier, wo ich gerade stehe, in dem Hauptgebäude hier. Ja, ich hole mich. Ja, ich hole mich. Ja, ich hole mich. Und cupssstile. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020